Koffschuss, Alter! Von hinten voll rein! Ungefähr 10 Koffschuss. Ey, guck mal hier! Die Durchschusslöger von hinten, Alter! Ja, die gehen einfach ab. Scheiße! Oh! Hey, hey! Sven! Du musst schon weggehen, glaube! Ja! Warum ist hier der Umklaube beim Wumpf? Ja, aber trotzdem, weißt du, falls ich den mal umkippt, sicher nicht das Gas rauskippt. Das machst du nur im Westen, Dominik! Das machst du nur im Westen, um dass ich mit der Strotflimt da stand, und nicht abschließt mit der Strotflimt, dann fliegst du 5 Meter. Gibst du heute Abend was Messer? Du musst schon im Video als Abschluss machen. Du musst schon gehackt. Du musst die Bindel wegmachen. Ich bin jetzt Vegetarier. Now we carry it. Okay, go! Oh, Streifschuss! Guck dir mal, doch!